Hi! Ich hätte gerne einen Gin Tonic. Was ist das? Versuchen Sie es. Mh, das schmeckt nach Gin. Drehen Sie ihn weiter. Oh, das schmeckt nach Tonic Water. Okay, was ist mit einem Wodka Orange? Das ist Wodka. Drehen Sie ihn weiter. Mh, das ist Orangensaft, das ist ja unglaublich. Ganz schön cool, hm? Ja, auf jeden Fall. Sie scheinen schlaues Mädchen zu sein. Wissen Sie, wie man hier an eine Muschi rankommt? Mh, ich geh verdammt! Das schmeckt wie Scheiße. Drehen Sie weiter. Mh 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 Mh